Oh, mal wieder klettern. Noch nicht mehr gemacht. Rechts, dank. Oh, ja. Gänger. Ist noch kein Zombie. Ohne Kopf ist doch keiner. Und Fahrtfeldstadt. Jetzt haben wir Nazis und Zombies. Jetzt geht noch. Fantastisch. Und Nazis sind so zum Bisswerden. Du hast mir noch gefehlt, Vorsack. Scheiße Heilung hier vielleicht. Ach du Scheiße. Heilung, 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 Heilung. Der Umbahn, Heilungskasten. Sie sind in Schwierigkeiten. Ich muss irgendwie zu Ihnen kommen. Alter Schweder. Oh, Küche. Küche. Das ist die Ja! Oh jee Hör mal hoch hier Waderhaus Wenn ich hier was kicken kann, mache ich das gerne Verzeiht's mir Jetzt haben die Akku auf mich Das ist gut für sie Nichts gerettet Okay Ich würde hier mal ein bisschen verschwinden Das ist mir nicht übel Okay Die Zeit zum lesen wird sein Artikel Sondermeldung Wolfburg wird evakuiert Wolfburg 10. März In einer Erkältung Erklärung Aus Regierungskreisen Von heute Heute morgen wurde die Unsere Nachforschungen Bei einem Bei einem Respekt Bei einem Respekt Nein Sie müssen Helge aufhalten Ich passen Ich pass schon auf Scheiße Scheiße Das ist schade Sehr schade Das ist schade Als ich klein war Sagte mein Vater Wir hätten ein Monster im Keller Und wenn ich nicht brav wäre Wird es mich eines nachts holen Also war ich immer schönartig Aber das Monster kam trotzdem Das Monster war sein Vater Du bist nur aus Teil 2 Unterwasser Zombies gibt es noch nicht Oha Kapitel 7 Altstadt Ich muss zur Kirchenruine Helga muss dort sein Was sie auch vor hat Es ist nicht gut Du musst es verhindern Dann holst du dir diese Akte Nur noch eine letzte Hürde Billy Boy Nur noch eine Wir sind jetzt in diesem schweren Gerät hier drunnen Ok Ein kleines Tutorial Wie wir damit Wie schießen wir damit Gar nicht Wie ist es ausschaut Wie ist es ausschaut Scheiße Wir rocken sie einfach weg Wie machen wir die weg Ich denke sie irgendwie hier Ich habe da ein bisschen Last vor mir Das macht mich ein bisschen kaputt Ich habe absolut keine Idee Ich habe absolut keine Idee Wie ist es ausschaut Wie es ausschaut Wie es ausschaut Was ist das denn Ich nehme lieber die hier wieder Eine Munition da Eine Munition da Hier wahrscheinlich eine Munition für Kisten Was relativ dumm ist Ich habe es ausschaut Wie ist es ausschaut Ok Jetzt sind wir hier Können wir jetzt hier weiter, oder? Ich bin ja wohl lang. Wie sind wir eben hier ausgestiegen? Da sollten wir auch schießen können. Aha. Dann kommen wir da jetzt hoch. Ich blicke es nämlich gerade nicht. Sollen wir hier rüber schwimmen? Jetzt blicke ich es noch weniger. Ah, die Seite vielleicht durchtrennen. Irgendwie. Ich schon wieder mussten. Hä? Ich kann auch, wenn ich Sturz am Störer sitze, kann ich doch... Sturm, wie wir gleich schießen. Ah, okay. Dann bin ich da jetzt durch. Geh lang. , wie es denn hier hat jemand zu werden? relativ uneffektiv. Es ist ziemlich blöd, wenn die da hier oben sind. Aber so kann ich hier auch verledigen. Einmal hier links. Okay, hier dürfen wir nicht lang. Oder hier, oder, oder. Ich muss jetzt mal raus, wo ich lang planen. Na komm. Dafür müssen wir das mal machen hier. Lass mal hochklettern. Nice. Hier geht es nicht lang. Hier müssen wir eigentlich zu Fuß weiter. Hier geht es nicht lang. Hier geht es nicht lang. Hier geht es nicht lang. Ich bin nachschub geflogen. Können wir hier reingehen. Okay. Okay. Zeitung ist irgendwo. Bleib liegen. Ich hoffe, ich komme hier nicht rein. Okay. Geil. Da hat es genug geregnet. Ich würde sagen, rein dort. Andere Seite. Also. Hops. Hops. Guck hier. Oh, Tastchen. Ich klopf mal an. Klaff mir die Monition nicht aus. Hier wird schon, wie hier einer gekrabbelt. Oh. Ah, da muss ich wieder so drauf machen. Von unten. Oh, oh. Oh, oh. Entschlüsse wird dafür gebraucht. Okay, Munition. Wer von euch Bastarden hat, ich Entschlüsse. Ist kein Bastard. Fertig dich ruhig hier gerade. Da muss doch irgendwo ein Schlüssel liegen. Hier oben vielleicht. Dachchen. Bleib liegen. Hier ist ein Schlüssel. Ja, das ist ja schlecht. Mach keinen Scheiß. Dann mal durch die Ruine durch. Fürchte können wir mit dem Großen nicht mehr weiter. Munition. Ja, bleibst du. Wer hat euch gesagt, dass ihr aufstehen dürft. Hier. Der Versuch hat aufzustehen. Bleib liegen. Blöser Zombie. Die schlafen. Das ist spät. Spät nachts, wenn ich das hier aufnehme. Schlafenszeit. Geht pennen. Er fliehen. Das kann auch nicht wahr sein. Da ist keine Kanone drin. Oh, Kacke. Das wird so nix. Munition. Oh, Kacke. Das waren zu viele. Zu viele auf einen Strich. Oh, Kacke. Das sieht erwärmlich aus. Gut'nacht. Gut'nacht. Das sind zu viele. Ich arbeite mich durch, aber gerade solche Nachleidezeiten sind halt mies. Für die Bomben-Schutz-Videos. Keine neue Munition. Scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Wenn ich mich anspringen, ist es zu spät. Midi-Pick. Da drüben kommen noch welche. Welchen Schutz habe ich denn hier noch übrig? Ausreichend. Pflasterer, mein Weg mit ihnen. Scheiße. Der kommt letztlich. Scheiße, Mann. Nicht alle auf einmal. Scheiße, Mann. Ich kann nicht nachladen mit der Kanone. Scheiße, Mann. Kommt nicht aus jedem Loch gekrabbelt. Zieh den Hebel. Puh. Ey, das ist kein Unruh. Das war heftig. Hoch hier. ich habe Nachschub ich glaube ich muss hier durch ich muss hier durch durch das Amtstor da drüben ich habe halt keine Munition mehr das wäre schlimm wenn mich einer entkriecht hier was soll ich machen wenn mir jetzt die Munition ausgeht und durch hier jetzt auf die Mauer hoch aha puh das war ein Hartzlevel bitte kein Friedhof Kapitel 8 Ausgrabungsstätte ein Friedhof bei Nacht mit Zombies ich will nicht keine Munition auch fast keine mehr ich habe Geräusche aus ach du scheiße ja ins wir wollen nicht mehr aufstehen wir wollen ja soweit geime ich Oh, Bombe! Scheiße, man muss sich mal verstecken. Nachts auf dem Friedhof. War das vielleicht der Amerikaner, über den Helga mit Herrn Schreiner gesprochen? Hör mir noch den Finger auf! Ich brauche fast mehr Atom! Ich brauche eine zweite Waffe. Ich muss hier mal kurz... Zeitung, Panzer. Hier bleibe ich nicht lange. Wir müssen jetzt alle zweimal töten. Das ist kritisch. Ich bin Zomi mit der Kanone und mit der Pistole erschossen. Erschossen. Ach, Scheiße. Scheiße, ich habe keine Munition mehr. Wieso halt denn der Scheiß? Jetzt habe ich schon wieder keine Munition habe. Da ist eine Karte oder so. Da ist ein Kursang. Hier ist ein Kursang. Uff, uff, uff. Verdammt, mir geht es nicht gut. Teilung habe ich schon verbraucht. Kacke, Kacke, Heilung hier. Kacke, Kacke, Heilung hier. Woher kommt das? Da ist einer. Heilung, Munition. Kacke, Heilung. Kacke, Heilung, Munition. Kacke, Heilung, Munition. Kacke, Heilung, Munition. Kacke, Heilung, Munition. Puh. Da fehlt noch ein bisschen was. Der große Baskopf kommt ja erst noch. Kacke, Heilung, Munition. Kacke, Heilung, Munition. Ach ja, das hatten wir am Anfang. Die Stimmechanik gab es lange nicht mehr. Wir haben einen Steakles.